Hey, Kinders! Ich bin back. Endlich. Nach nur einer Woche. Eigentlich lächerlich. Aber gut, ich bin trotzdem wieder am Start. Guck mal, die Sonne. Eigentlich würde ich rausgehen und Schlitten fahren. Was macht man bei Sonne? Warte kurz. Ja gut, man kann ja auch im Schnee bei Sonne Schlitten fahren. Also liegt man nicht so rum. Hasi, was machst du schon wieder? Nicht in die Kamera beißen. Ohne weiterer Umschweife geht es jetzt zu den Gewinnern von meinem Critical Anheilation Werbebewerbungsding. Guckt bei den Leuten rein, ja? Gönnt euch mal was. Fickt die Welt, ja? So, Kinder. Unser erster Kandidat ist LukidLukas2. Er wollte nicht, dass man sein Video verwendet, also seine ersten 10 Sekunden, da er eben einfach nur ein 20 Sekunden Video gemacht hat und da eben nichts gemacht hat, nichts vorbereitet hat. Und er mir jetzt extra geschrieben hat, dass ich es eben nicht verwenden soll. Er hat 1774 Punkte erreicht. Oh yeah! Ja, dumm Bubbler, da hast du schon einen schönen neuen Rekord aufgestellt. Aber ich habe ihn halt, ja, sagen wir es mal zerstört. Aber ich werde nicht hier große Reden schwingen, sie selbst. Ein Hallo und ein Danke an alle, die mich schauen. Dieses Video wieder für Jan, der Dummbubbler. Vielen Dank, Jan, an dich, dass du sowas machst und das ist auch richtig cool von dir. Und mach weiter so und viel Spaß bei diesem kleinen Zusammenschnitt. Well, you can see it. Bye bye, guys. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Zane und ich habe den Dummbubbler so richtig zerdödelt. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auf meinem Kanal vorbeischaut und ich hoffe, man sieht sich. Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Spezialvideo. Es geht um eine kleine Challenge. Ähm, der Dummbubbler, in deren vielleicht, ja, der hat mit dem Spiel hier eine kleine Challenge gestartet. Und zwar einfach, ja, ganz stumpf, wenn der Rekord bricht. Ich hab's geschafft. Ich bin Fame. Kronk, Beautypie. Jetzt kommt der Eigner und fetzt euch.